Ich werde jetzt den 31. Spieltag der Bundesliga uns gelost mit dem VfL Bochum gegen TSG Hoffenheim. Ich glaube, hier wird es mal wieder Zeit für einen Halbensieg für den VfL. Hoffenheim ist so eine Mannschaft, die haben viele Leistungsschwankungen drin, manchmal sehr starke Spiele, manchmal sehr schwache Spiele. Letztes Spiel jetzt gewonnen, trotzdem glaube ich, Bochum eigentlich eine heimstarke Mannschaft, wo ich mir vorstellen kann, dass es das vielleicht jetzt wiederkommt. Deswegen sage ich einfach mal, Bochum macht das hier zu Hause und gewinnt mit einem 2 zu 1. Bayern gegen Frankfurt, ich glaube, hier wird es die Rache fürs Hinspiel geben, da hat Frankfurt mit 5 zu 1 gewonnen und Bayern wird hier auch auf jeden Fall motiviert sein. Die wollen, glaube ich, den zweiten Tabellenplatz auf jeden Fall sichern machen und auch für die Champions League sich gut vorbereiten, dass man da schon mal ein bisschen in Form kommt. Deswegen glaube ich auch hier 14 zu 5 zu 1, aber diesmal für die Bayern. Leipzig gegen Borussia Dortmund für den BVB, extrem wichtiges Spiel jetzt um Platz 4. Leipzig ist gerade vierter, zwei Punkte davor, wenn man das Spiel jetzt gewinnt, wäre man selber vierter. Platz 5 kann zwar auch schon für die Champions League reichen, aber dafür würde ich nicht sicher ausgehen, deswegen wäre es schon ziemlich wichtig, wenn man dieses Spiel hier gewinnen kann. Und Dortmund ist eigentlich auch mittlerweile gut gegen die etwas größeren Mannschaften, hat Bayern geschlagen, hat Champions League sich gut performt und mittlerweile im Halbfinale steht man. Deswegen glaube ich auch, dass man in Leipzig gewinnen kann. Ich glaube, das wird ein 1 zu 3 Auswärtssieg. Freiburg gegen Wolfsburg, ich glaube, Freiburg wird mal hier wieder einen Heimsieg holen. Das letzte Spiel gegen Mainz war jetzt nicht so stark, da hat man unentschieden gespielt, aber Wolfsburg grundsätzlich eher eine schwächere Mannschaft. Die zwei jetzt gewonnen haben gegen den VfL Bochum, aber es war auch ein direkter Konkurrent und die waren auch sowieso auswärts sehr schwach. Ich glaube, Freiburg wird hier mal einen Sieg holen können und die Wölfe werden noch nicht ganz raus sein. Ich sage, es wird ein 2 zu 1. Augsburg gegen Bremen, hier geht es für Augsburg um ziemlich viel. Hier geht es um die europäischen Plätze, das direkte Duell da rumgegen, einfach Frankfurt hat man jetzt am Wochenende verloren. Das heißt, sehr, sehr wichtiges Spiel für die Augsburger, für Bremen gibt es eher nicht mehr so viel. Jetzt hat man gegen Stuttgart gewonnen und es damals so gut wie raus aus dem Abstiegskampf. Deswegen glaube ich auch, dass wir Bremen etwas entspannter spielen und Augsburg macht das hier mit einem 2 zu 1. Leverkusen gegen den VfL Stuttgart, Leverkusen weiterhin ungeschlagen in der 90 plus 7. Minute wieder gegen Borussia Dortmund. Das ist ein Ausgleich gemacht, das gibt es wirklich nicht. Ich glaube, Xabi Alonso ist einfach gar kein normaler Mensch, sondern vielleicht irgendein Zauberer von einer anderen Dimension, der irgendwie die Mannschaft irgendeinen Zaubertrag verpasst hat. Ich kann es mir nicht erklären, deswegen glaube ich auch hier gegen Stuttgart wird man auf jeden Fall nicht verlieren. Vielleicht kann Stuttgart sich nicht unbedingt schnell erarbeiten, aber jetzt auch schon gegen Bremen nicht so stark gespielt. Deswegen glaube ich sogar, Leverkusen wird hier auch gewinnen, eindeutig mit einem 3 zu 1. 1. Gladbach gegen Union Berlin, ich glaube hier wird es mal wieder Zeit für einen Union-Auswärts-Sieg. Die haben eigentlich immer gute Leistungen dabei, jetzt gegen Bayern war ein bisschen bitter. Hatte man auch wohl selber ein paar Torchancen, hat auch ein Tor gemacht, hat trotzdem dann 5 zu 1 verloren. Gladbach ist aber auch aktuell so eine Mannschaft, die sind echt nicht so gut in Form, die verlieren ziemlich viele Spiele. Hans war ziemlich viele Leistungsschwankungen auch drin, aber mittlerweile sind es, wie ich finde, mehr negative Spiele als positive Spiele jetzt von den Leistungen her. Deswegen glaube ich, wird hier Union auswärts gewinnen können mit einem 1 zu 2. Mainz gegen den 1. FC Köln, das Abschließkampf-Duell wird hier Köln auf jeden Fall noch nicht als abgestiegen bezeichnet. Klar, man ist 5 Punkte hinter den Relegationsplatz, aber wenn man jetzt gegen Mainz gewinnen kann, dann sind es nur 2 Punkte hinter Mainz und eventuell auch gegen Bochum, wenn die auch verlieren sollten. Das heißt, für Köln ist noch alles drin, allerdings müssen jetzt, wie ich, auch hier das direkte Duell gewinnen. Das letzte Spiel gegen Darmstadt war wirklich Katastrophe, 0 zu 2 zu Hause verloren, das war 2-Tiger-Fußball. Da hat Marc Uth auch richtig gesagt, wenn die hier so spielen, werden sie 4 Dinger kassieren. Ich glaube, das werden sie auch, weil ich sehe die Kaderqualität leider einfach nicht. Und Mainz ist dann auch so eine Mannschaft unter Bo Hengendricksen, spielen sie einfach sehr guten Fußball. Weil der holt endlich mal aus der Mannschaft raus, was da drin ist, deswegen glaube ich, wird hier Mainz gewinnen können, eindeutig mit 4 zu 1. Darmstadt gegen Heidenheim, ja, Darmstadt jetzt mit dem Sieg gegen den 1. FC Köln war ein starkes Spiel von Darmstadt. Allerdings gegen Heidenheim ist das nochmal eine ganz andere Nummer, Heidenheim ist, finde ich, die stärkere Mannschaft auf jeden Fall. Und ich glaube auch, Heidenheim wird hier ziemlich sicher gewinnen können, weil Darmstadt fehlt einfach die Qualität, die sind sowieso schon abgestiegen, da geht es nicht mehr um wirklich was. Und Heidenheim hat vielleicht sogar nochmal Chancen, irgendwie um Europa mitzuspielen, deswegen glaube ich, Heidenheim gewinnt hier mit einem 1 zu 3. So, das war es mit dieser Prognose, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, ciao.